Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht endlich weiter mit der Lego Ninjago Training Card Game Serie 5. Hier hätten wir sogar Ninjago Legacy anscheinend hier bei der großen XXL-Tin hier. Für 12,99€ erhältlich, enthält 10 Booster sowie eine limitierte Goldkarte, nämlich Nummer 12 der Eiskaiser und eine limitierte XXL-Karte, verbotenes Spinjitsu J. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was so drin ist. In den Boostern, wie die XXL-Karte ausschaut und natürlich auch die Limi, die wir dann endlich haben. Da kommt uns doch schon erstmal direkt die XXL-Karte entgegen und die sieht auch dementsprechend öh. Na ja, aus. Schauen wir mal. Vielleicht ein bisschen gerade biegen hier oben an der Ecke. Das ist halt immer schade, wenn da so eine riesen Karte ungeschützt in so einer Dose drin liegt. Aber trotz allem verbotenes Spinjitsu J, die XXL 3. Sehr cool. Eine weitere XXL-Karte. Und dann haben wir auch direkt hier die LE 12, der Eiskaiser Limited Edition. 160, 190. Hier waren übrigens die Werte 47, 69, 87 und 96. Und dann haben wir natürlich noch hier einen ganzen Haufen... Ach, die Figur ist auch noch drin. Habe ich das überlesen? Nö, steht gar nicht drauf. Dass sogar noch eine Figur enthalten ist. Das ist ja cool. So, haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10 Booster. Und da ist tatsächlich noch eine Minifigur drin. Und zwar ein Kai. Coole Sache. So, dann machen wir erstmal die Booster auf. Wir gucken uns die Sammelkarten an, die wir uns erwarten. So, jetzt leiten wir eine Spielerleitung. Dann haben wir Digi Cole. Pyrokrieger. Kai's Mechjet im Mechmodus. Eine Puzzle-Karte. Und Ultra-Duell Digi Cole. Dann hinterhältiger Overlord. Cecil Putnam oder Putnam. Dann eine Schlangenattacke. Das ist eine Fallenkarte. Dann ein Fahrzeug. Cole's Speeder. Und... Nimmerwelt J. Vollkarte. Und weiter geht's. Da hätten wir Kluge Pixel. Dann Richie. Dann eine Aktionskarte Sprint. Auch schon eine Aktionskarte habe ich hier noch gar nicht. Den legen wir hier hin. Eine Aktion Gitarren-Solo. Und Mega-Digi Zane. Was ist die nächste besondere Karte? Den legen wir hier irgendwie hin. Dann... Team Asphira. Wüsten J. Dann Spin-Jitsu-Slam-Eissamurai als Fahrzeug. Schnappt sie euch. Aktionskarte. Und... Mega-Unagami. Mega-Karte war hier. Genau. Normale Vollkarte. Mega-Karte. Ultra-Karte. So... Clutch Powers. Fieser General Vex. Dann Erholung. Aktionskarte. Seite an Seite. Ebenfalls eine Aktionskarte. Und Mega-Hausner oder Horstner. Die nächste Mega-Karte. Dann Wolf und Akita. Äh... Fieses Team. Harumis-Avatar und Ultra-Violet. Dann eine Puzzle-Karte. Dann Aktions-Skate-Unfall. Und Nimmerwelt-Nia. Wo ist das? Wo ist das? Winnie. Wüsten-Nia. Der Donner-Räuber. Ein Fahrzeug. Dann haben wir hier eine Puzzle-Karte. Und mächtiges Team. Overlord. Das müsste jetzt vom Effekt her... Ja. Wie so eine Mega-Karte müsste das sein. Drei Booster noch. Fieser General Vex. Der Kilo. Mutiger Klatsch-Powers. Dann Weg-Rennen. Aktions-Karte. Puzzle-Karte. Und Mega-Digi-Zane. Vorletztes Booster. Spielanleitung. Einmal... Der Mechaniker. Fiese Ultra-Violet. Spinnennetz-Falle. Eine Fallen-Karte. Eine Fahrzeug-Karte. Lloyds Dschungelräuber. Und Ultra-Duell-Sushimi. Die nächste Ultra-Duell-Karte. Und last but not least. Der letzte Booster. Team Nimmerwelt. Kataru. Eine Puzzle-Karte. Noch eine Puzzle-Karte. Und Nimmerwelt Kai. So. Das ist also der Inhalt der 10 Booster-Packs. Da hätten wir hier einen Haufen... Das war eine Fallen-Karte. Einen Haufen Aktions-Karten. Drei, sechs, sieben Aktions-Karten um genau zu sein. Einen Haufen Charakter-Karten. Dann zwei, drei, vier, fünf Fahrzeuge. Zwei Fallen. Dann dreimal Nimmerwelt-Karten. Zwei Ultra-Duell-Karten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Mega-Karten. Vier von diesen Neon-Karten. Und drei, sechs Puzzle-Karten. Natürlich hier noch die limitierte und die XXL-Karte. Das ist der Inhalt. Und dann haben wir hier natürlich noch den Kai. Machen wir ihn auch mal auf. Mal gucken, was mit der Figur so ist. So. Die Figur müsste ich schon haben, weil die war, glaube ich, mal in einem Ninjago-Magazin oder so drin. Das ist ja leider so, dass die halt in den Tin-Dosen gerne ja mal alte Figuren nochmal aufwärmen. Die schon mal in einem Magazin drin waren. So wie auch hier jetzt. Aber das macht nichts. Mein Sohnemann freut sich. Der mag Kai ja sehr. Ist ja sein Lieblings-Ninja. Und von daher würde er sich, glaube ich, darüber sehr freuen. Wir lassen ihn böse gucken. So. Dann kriegt er hier noch die Maske auf. Muss ich gucken, wie das Schwert gebaut wird. Ist nicht blöd ohne Anleitung. So. Wahrscheinlich kommt der Griff unten ran. Ah, da kommt dann das andere dran. Okay, verstehe. So. Unten kommt dann... das Ding dran. Wo dann... das da drauf gesteckt wird. Dass unten diese Quastel dran ist. Oben drauf kommt dann das Außen hier. Und schließlich noch das Schwert. So. Und fertig ist... Kai´s Riesenschwert. Kai´s große Ninja-Waffe. Sehr, sehr cool mit dem Baumbild. Der Baumbild. Der Baumbild eine Quaste da dran. Ja. Und das also jetzt der komplette Inhalt der XXL-Tin-Dose. Kann sich sehen lassen. Auf jeden Fall. Ich habe es nicht bereut. Wie gesagt, allein schon, um an die XSL-Karte und die limitierte Karte ranzukommen. Ich will ja die Limis alle vollständig haben. Von daher musste der Kauf sowieso sein. Da habe ich noch drei Mini-Tins für euch liegen. Die wird es auch noch geben. Und natürlich das Duel-Pack oder wie das heißt. Das kommt dann auch noch. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Die Videos werde ich als nächstes aufnehmen. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich über den Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt dann auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr mal Bescheid bekommt, wenn neues Video online geht. Alternativ dazu könnt ihr auch in den Telegram-Channel kommen. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr auch mal Bescheid, wenn neue Videos online gehen. Könnt ihr in den Telegram-Chat abspringen. Da könnt ihr dann mit mir und anderen Gleichgesinnten auch gerne hier über Lego, Lego-Karten oder sonstige Klemmbausteine quatschen, philosophieren, was auch immer. Natürlich komplett kostenlos. Und dann ist das ganze Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung findet ihr ebenfalls den Link zu meinem Hauptkanal. Da geht es dann halt hauptsächlich um Lootboxen, Videospiele, Pokémon, Pokémon-Karten und sowas. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn auch da die Videos gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und auch da zur Unterstützung wäre ein Abo ganz nett. Auch da geht natürlich gleich eine Glocke aktivieren, wenn ihr Bescheid bekommen wollt, wenn neue Videos online gehen. Oder ihr kommt in den Discord. Da wird auch informiert, wenn neue Videos an den Start gehen. Da könnt ihr auch dann chatten mit mir und anderen Gleichgesinnten halt. Über Videospiele, Lootboxen, über Pokémon etc. pp. Alles komplett kostenlos. Auch da Link in der Videobeschreibung. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.